Darauf haben Millionen gewartet. Der erfolgreichste deutsche Nachkriegsfilm kommt wieder ins Kino. Sie alle kennen die Helden des Wilden Westens, die seit Generationen alt und jung begeistern. Dieser Film bringt Ihnen ein Wiedersehen mit Karl Mays schönstem Werk. Winnetou. Ein Erlebnisbericht aus der Zeit, als der Weiße Mann den Weg für das Feuerrost durch die Jagdgründe des Roten Mannes baute. Darf ich euch um ein kleines Tänzchen bitten? Ein Tänzchen möchtest du? Das kannst du haben, aber nicht mit der Dame. Banditen versuchen ein Reich der Gesetzlosen zu errichten. Nur ein Mann kann ihnen Einhalt gebieten. Ein Mann, dessen Schmetterhand weltbekannt ist. Old Shatterhand. Einer roten Übermacht steht eine Handvoll beherzter Männer gegenüber. Der legendäre Sam Hawkins kämpft wie ein Löwe. Hier treffen sich die beiden Großen des Wilden Westens zum ersten Mal als Todfeinde. Spannend wie der Roman. Echt wie die Wirklichkeit. Und aufregend wie ein Krimi ist dieser Film. Ein Kampf jeder gegen jeden. Winnetou und seine schöne Schwester wissen nicht, dass dieser Mann ihr bester Freund ist. Apatschen schon immer unsere Feinde gewesen. Aber Winnetou, dieser räudige Kojote, ist totfeind von uns. Die Traumgestalten Karl Mays sind Wirklichkeit geworden. Die Geschichte einer wahren Männerfreundschaft, die sich in Not und Gefahr tausendfach bewährt. Mein Bruder. Mein Bruder. Old Shatterhand, der Held des Wilden Westens. Winnetou, der Häuptling der Apatschen. Die bezaubernde Chochi. Das bedeutet schöner Tag. Und all die liebenskurrilen Gestalten, die unsterblich geworden sind. Sam Hawkins erwartet sie. Komm, meine Arme. Ihr Tod. Jetzt du nie erfahren, wo gold der Rapatsche. Chochi denkt nicht nur daran. Ein romantischer Film und doch ein knallharter Western. Karl Mays berühmtes Buch. Als Film ein unvergessliches Erlebnis. Das gibt es wirklich nur im Kino. Eine gute Nachricht für alle Filmfreunde. Winnetou kommt wieder. Ich muss schon sagen, das ist der beste Einfall, den ich hier hatte, wenn ich mich nicht... Winnetou und Old Shatterhand erwarten sie.